So, willkommen zurück zu Pokémon Smart. Im letzten Plan wird die Regis ausgerottet. In diesem Part wollten wir eigentlich alle drei ein paar Legendären umbringen. Aber mir ist leider eingefallen, dass das nicht so funktioniert wie ich es mir dachte. Also ich kann nur ein Quasar fangen bzw. töten. Also werden wir das mal machen. Dazu habe ich mir schon ein Teilrad geholt. Nur ich habe schon mal gesagt gelernt. Dann fliegen wir mal rüber. Nach... Schloss Promisalen ist am schnellsten. Na. So. Dann schauen wir mal rüber. Da nicht lang. Ach, Schlotze habe vergessen. Äh... So. Ach, Schlotze habe vergessen. Genau. Das weg jetzt nicht in der Art. So. Nach oben. Moment. So. 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 Wie soll das jetzt gehen? Ernsthaft? Ich will nicht kurz gleich hier. Oh nein! Oh Gott! Oh fuck! Ich versuch's nur noch zweimal und wenn ich's dann nicht geschafft habe, dann mach ich den kurzen Cut. Das ist ja auch nicht mehr schön hier. Vielleicht ganz in Parten zu bringen. Ich weiß was hätte. Ich mach nen Cut. Bis gleich. So, endlich geschafft. Hat nur noch zwei Versuche gebraucht. So, jetzt geht's ab. Hoffentlich. Hoffentlich. Oh Gott. Oh Gott. Puh, ich hab Angst. Ich bin gleich nach vorne. Flo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. 70 Rayquaza. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. oh Gott. Flo. Oh Gott, jetzt blöder bitte. Ja, los, ich stürme einfach. So, jetzt höf, danke. So, jetzt höf, danke. So, jetzt höf, danke. So, jetzt höf, danke. Gut. Reilen wieder. Erlaufen wird. Du musst du mal... Scheiße, das könnte auch ein mehr. Ich hoffe, du wirst langsamer. Okay, bis langsamer. Okay, jetzt sollt er reichen. Jetzt sollt er reichen. Jetzt triff einfach. Ja. Recarcer is down. Wow. Das war's. Gut. Du musst mir mal ein... Fluchtdesign. Äh... Hä? Nichts richtige Wort, okay. Kann ich mal fliegen, oder was? Scheint ja. Oh Gott. Das wahre Grauen beginnt jetzt erst. Höchstgefühl. Ja. Einmal kurz unser Pokémon. Einmal kurz unser Pokémon. Ja. Schutzseile. Brauchen wir nicht mehr. Kann weg. Ewigstein. Brauchen wir auch nicht. Kann auch weg. Mondstein. Kann ich nicht mehr kaufen, okay. Verschuppe. Kann man nie gebraucht, aber... Ach egal. Verkaufen wir auch. Brauchen wir auch nicht. Schutze brauchen wir auch nicht mehr. Da, Heiler brauchen wir noch. Nix hier. Kann man noch gebrauchen. Okay, top. Ja. Nie gut ein Stück. Verkaufen. Ne. Ne. Verschleicht Elektro... Elektroattacken. Ne. Ne. Nicht verkaufen. Truppenbrief brauchen wir auch nicht mehr. Wasserstein. Scheiß drauf. Erde. Auf weg. Beetelle brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ne. Auf weg. Oder? Ne. Ich bin lieber... Ach. Ich verhalte es selber nochmal. Irgendwie habe ich doch Angst, das will zu geben. So, vorgebäldet. Keine alle weg. Truppball. Kann man nicht um Meisterball kommen? Weiß gar nicht. Ne. Egal. Truppball. Alle weg. Tangleball. Off weg. Tauchball. Weg. Tangleball. Weg. So... Items... Äh... Kontakt mal nicht. Gedankengut. Auch nicht. Protzer auch nicht. Doppelteam auch nicht. Pinnesturm auch nicht. Hefe, das ist einfach kein weg. Ähm... Ne. 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 Wettrenke noch. So. Dann... Top Genesung für meine Fächer. Ein Stück. Beheiler. Und noch ein Erdrand, bitte. So. Dann... Geh mir schon mal rein. Hier haben nur die Trainer, die alle Orden der Arena erhalten haben. Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle Orden hast. Trainer, lobber dich und deine Pokémon und geh weiter. Toi, danke. Oh Gott. So. Wir sagen... Machen wir hier Stopp. Und dann geht's zum nächsten Part rund. Die Top 4. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.